Wer jetzt? Alles. Alles Arschlöcher! Leichenbakterien Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in Ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Granter, haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, ja... Irgendwelche Partys? Kontaktbörse? Singletreffs? Hallo? Ich glaube, ich hole mal lieber einen Schluck Wasser, oder? Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017